Also, so. Und das da. Also, wie wir den Stein machen, weiß ich jetzt noch nicht. Den Gehärteten. Den müssten wir, glaube ich, in dem Schmelzding hier machen. So, ich hole jetzt mal die Stahlbarren. Ah, Zwirn und Zwuntsekret müsstest du dann... Irgendwer entwurfst... Ich mach mal in den linken jetzt die Stahlbarren. Oh, jetzt hast du da die Stahlbarren reingemacht. Nee, passt schon. Mach ich seit in denen daneben. Ist egal. Hilfe! Also, ja, okay. Wie du... Und wie machen wir da jetzt die Gehärteten? Schwefel rein. Schwefel rein. Ich hab hier noch mehr Stahlbarren. Die hab ich vorhin noch ausgenommen. Einfach anmachen. Okay, dann anmachen. Sehr gut. Das kommt. Sollte gehen. Da ist aber nichts in der Warteschlange unten. Ich weiß nicht, ob das in die Warteschlange kommt. Warten wir mal kurz ab. Hm. Ein Stahlfeuer. Wenn nicht, dann müssen wir gleich nochmal gucken. Ich glaub, das geht nicht hier. Also, so hab ich es vorhin gelesen? Ja. Ich nöde es mal raus, weil ich bin mir sicher, dass es nicht klappt. Okay. Du hast ja jetzt lang genug in den Ofen geguckt. Ja. Die muss man irgendwo anders herstellen. Ja gut. Müsste man mal nachlesen, wie man das am besten macht. Ja, das hat der Stahlbarren. So, das hab ich dann auch alles. Wo ist es denn? Äh, Talente. Das war das unter Spau? Nee, war unter Waffen oder Rüstung? Wo war das denn drin? Hm, ich glaub unter Schmieden. Ja, wahrscheinlich hier. Schmieden oder sowas? Das kann da... Kann man das... Nee. Werkbank eines Schmieds. Da kann man es nicht machen. Oh, könntest du den neuen Kessel bauen? Oder brauchst du dafür diese stahlverstärbten... Hm, wie heißt denn der neue Kessel? Ähm, das heißt... Meisterkessel? Oder... Feuerschalenkessel kann ich bis jetzt bauen. Verbesserter Feuerschalenkessel. Verbesserter. Nee, den kann ich, glaub ich, noch nicht bauen. Ist der bei Überleben drin, oder? Ja? Ja, nee, das geht erst auf der nächsten Stufe. Ich bin Stufe 57, das geht auf Stufe 58. Alles klar. Ist es nicht... Okay, aber ich wollte... Ich hätte die doch gemacht, hä? Warum sind die denn schon wieder weg? Ich hätte vorhin diese, ähm... Gelblotus dran gemacht, weil ich wollte dann jetzt alles so skillen, weil ich ja jetzt eh nicht mehr aufsteige. Aber... Ja gut, aber wir haben genug Gelblut, das hier. Verbesserte Werkbank eines Schmieds. Nein. Witzig. Also irgendwo muss man das ja machen können. Verstärkte Stahlbarn. Dann nehmen wir das mit. Noch ein bisschen Stahlfeuer. Post. Und dann kann ich uns mal... Ich kann ja mal gucken. Aber vielleicht brauche ich die verbesserte Rüstungsbank für die epischen Sachen. Episch. Ich gucke mal episch. Hm. Könnte ich denn die epischen Sachen machen? Hm. Warte mal. Verbesserte Stahlbarn. Ne, gehärtete Stahlbarn heißen sie, gell? Verbesserte Werkbank eines Rüstungsmachers. Da kann ich erst die Sachen machen. Dann kann ich das. So. Ich mache jetzt mit dem Gelblutus-Trank... Mache ich mich jetzt mal ganz hübsch. Und... Erstmal alle Attribute wieder raus. Und gebe mir jetzt erstmal nur auf Belastung ohne Ende. Und dann gucke ich, was ich noch geben kann. So. Beweglichkeit war ganz nice. Oh. So. Dann machen wir erstmal das hoch. Hm. Dann machen wir das hier. Und dann die hier. Dann muss ich auf jeden Fall auf das zweite kommen. Also eigentlich steht hier, am Ofen erhaltet ihr aus einmal Schwefel und zweimal Stahlbarn gehärtete Stahlbarn. Ja. Das hätte ich mir nämlich auch ge... Also das kannte ich so auch. Hm. Okay. Dann... Also ich... 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 Ich pack's wieder rein. Schauen wir mal. Mhm. Go. Vielleicht... Vielleicht... Ich weiß halt nichts in der Warteschlange. Das finde ich halt irgendwie... Mhm. Ach, da hab ich noch Wunsekret. Wir können es mal laufen lassen. Schau mal, was passiert. Äh... Kurze Frage. Sollen wir uns mal schnell in unser anderes Lager teleportieren und alles dort holen? Äh... Genau. Was wollte ich... Das da... Das da... Das da... Das da... Äh... Kann ich... Die Festationen kriegen wir, indem wir ganz einfach... Äh... 26 mal 3... 52... Äh... 72... Also wir brauchen ordentlich viel Insekten. Brauchen auf jeden Fall tausende von Insekten. Okay. Die müssen wir dann dementsprechend auch... Ich geh mal auf Insekten... Farben. Also diese normalen Insekten-Dinger. Okay. Ja. Sieh... Ich, ähm... Skille noch mal... Die gibt's aber auch nur in Wischen, oder? Ähm... Das, äh... Gibt's die noch irgendwo anders? Nee, die müssten eigentlich nur in Büschen sein. Ach doch, äh... Ich weiß nicht. Reichen die Maden vielleicht? Nee, du brauchst diese Handvoll Insekten. Ah, schade. Weil das wäre natürlich jetzt so... Highlight. Du kannst mal kurz in dem Tempel von Delketo schauen, ob man... Naja, nee, obwohl... Komm, lass uns einfach die Insekten holen. Jo. Das ist, glaub ich, das Einfachste. Genau. Aber da brauchen wir wirklich viele jetzt. Ja, gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. So. Mach ich das noch? Ein Heftmacher. Ähm... Du kannst dann irgendwann mal in den zweiten Ofen schauen, ob da schon Stahl hergestellt wird. Ja. Mich mal interessieren, aber... Mach ich gleich. Ähm, ich... Ja... Also gehärteter Stahl halt. Ja. Ich level gerade eh alles erstmal hoch und dann... Ja, 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 mach ruhig. Warte mal. Nee, ich, ich... Mh... 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 Das wär bitter. Das wär... Das wär... Das wär super ärgerlich. Ja, gut, dann. Ah... Pfff... Muss ich ja fast nochmal schauen. Im Netz. Nochmal nachgucken. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Das da. Okay. Ich gucke gerade, dass wir... Achso. Das würde ich gerne noch mitmachen. Ich hab noch 180 Punkte. Ich versuch das irgendwie gescheit. Das hab ich nicht... Ach. Ich hab... Bänder. Also ich hab gelernt, ein Bänder... Bändiger zu sein wahrscheinlich. Aber ja. Also die... Das Seilmacher brauchst du übrigens nicht lernen. Das brauch ich ja für die... Ja, ja. Bögen und das mach dann ich. Nee, nee, das mach ich auch nicht. Das ist... Ich gucke einfach nur, dass ich so das... Wichtigste zusammen habe. Tränke mach dann auch ich. Okay. Komm, dann mach ich hier die... Sternmetall-Sachen. Das da... Das da... Da... Gut. Sternmetall-Hammer. Nochmal ne... So, jetzt schau ich nochmal nach gehärtetem Stahl. Mhm. Okay. Und die 81 Punkte lass ich mir jetzt mal frei erstmal. Vielleicht... Brauch ich irgendwas irgendwann mal. Ich guck nochmal in den Ofen, aber... Nope. All of my noops. Hm. So. Ich hab hier noch ein bisschen... Stahlfeuer. So, das haben wir jetzt auch. Ach ja. Da steht... Gehärtete Stahlbarn werden aus zwei Stahlbarn und einem Schwefel im Ofen gebrannt. Ja. Hm. Ist ja... Verständlich. Was wir ja eigentlich machen. Ja. Aber ist der Eintrag vielleicht alt? Aber deswegen, weil... Vielleicht nicht mal aktuell? Ja. Ja. Das ist halt immer die Frage, gell? Hm. Ja, das ist halt 2018. Ja, gut. Ah. Ich see. Hm. Was macht denn eigentlich mehr Ausschau? Was ist das hier? Ach, das da. Dann lerne ich noch die eine Axt nochmal mit. Mal für nur, damit ich meine Axt jetzt mal reparieren kann. Hm. Hm. Nee. Lässt sich irgendwie nicht herstellen. Brauchen wir dazu irgendwie ein Talent oder so? Hm, naja, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich auch nicht, aber... Was ja nie, verstehe. Brauchst du dafür irgendwie den Meisterschmied oder sowas? Nicht, dass ich wüsste, das wäre mir jetzt ganz null. Hm, also steht überall das Gleiche. Okay. Also Stahlbarren, ja, und... Ähm, ein... Schwefel. Schwefel. Zwei Stahlbarren, ein Schwefel angeblich. Gehärtete... Ähm, Stahl... So. P-p-p-p-p-p-p-p-p. Was steht denn hier? Zwei Stahlbarren, ein Schwefel. Gehärtete Stahlbarren. Hm. Hm, hm, hm. Ja. Okay, Moment. Ich probiere mal was ganz anderes. Vielleicht brauchen wir... Nee. Das geht auch nicht. Ich muss gerade auch mal durchgucken. Ja, Stahlbaren und Schwefel in den Ofen geben. Und das steht überall. Achte mal. Ich mach es mal so. Die letzte Monat. Ach, komm. Was denn? Ja, dass das nicht geht, das nervt mich jetzt ein bisschen. Oh, wir haben acht Millionen Fische in den Reusen. Yeah. Diese roten Schildläuse, die du da immer reinlegst, die bringen halt nix, gell? Ah, hallo, ist jetzt neu. Du brauchst jetzt auch noch Black Ice, steht hier. Schwarzes Eis. Ich brauch die... Ah, nee. Hä? Ähm, aber jetzt nicht mehr Warteschlange, obwohl die Zutaten da sind. Schön, dass einem das gesagt wird mit dem schwarzen Eis. Ich hab nämlich einen alten Artikel... Es stand in der... Ich habe... Ich habe daraus genommen, jetzt eingeführt. Wo mein ganzes Gehörter ist, Werk zu Waffen liegen lassen und schwarzes Eis besorgen. Ja, das ist 10. September gewesen, 2019, das ist vor kurz. Okay. Ja. Das sackt. Ja, aber wahrscheinlich, weil du halt alle OP-Sachen dann machen kannst. Ja. Also brauchen wir was? Schwarzes Eis. Ja. Wo kriegen wir schwarzes Eis her? Ähm... Tja, das ist jetzt der andere Punkt. Tempel des Frusts. Ähm... Ähm... Wir brauchen wärmende Sachen. Oh Gott, da müssen wir so weit in den Norden. Wir müssen in die Schneegebiete. Das ist doch furchtbar. Wie dumm. Wie... Wie bekloppt muss das denn sein? Oh wow. Aber das, weißt du... Das ist irgendwie auch bitter jetzt. Übel bitter, weil wir halt einfach schon da oben waren, gerade eben. Ich würde dich noch mal hoch machen. Vielleicht gehen wir... Vielleicht machen wir erstmal wirklich so casual Sachen und dann... Ja, lass uns erstmal in unserer anderen Base zum Beispiel mal alles holen. Ja, okay. Okay, sag mal, wenn ich mich porten darf. Ähm... Ich hab alle Sachen hier... Kannst dich von mir aus porten. Achso, warte, nein, wir stoppen noch nicht ganz. Okay. Bist du schon? Nö. Ich will noch kurz meine Abbau-Axt reparieren. Ja, genau, das hab ich ja gemacht. Oh, Mann. Da hab ich mich so drauf gefreut. Ach, und dann... Naja, nee, wurscht. Aber weißt du was? Wir können uns ja den Spaß erlauben. Wir haben ja eine Basis gebaut da oben. Bei den zerschmetternden Quellen. Da ist es nicht mehr weit. Wo? Achso. Ja. Da können wir uns hinporten. Ja gut, aber da haben wir kein Bett. Ja gut, aber... Das ist eine Basis. Würde ich sagen, da können wir uns hinporten. Achso. Ja. Können wir mal machen, ja. So, das ist erstmal zum alten Lager. Okay. Darf ich los? Jo. Ich hoffe, es klappt alles. Ähm... Zack. Jo, das sieht gut aus. Ist keinen gelben Schnee, steht hier. Wow. Danke für den Tipp. Ja. Oh ja. Das sieht doch gut aus. Mhm. Kurz Alex-Bike. Wo sind wir? Genau da. Perfekt. Jetzt könnten wir mal schauen, ob wir vielleicht einen Aufzug bauen können. Das ist... Dann können wir vielleicht doch tatsächlich mit dem Aufzug runden. Wobei, die Treppen sind schon... Ich nehme mal die 300 Fische mit. Also fuck, sind da vier Fische drin. Okay. Meine Güte. Wenn du alles mitnehmen kannst, okay. Ja, ja. Ist die Schlange wieder da? Nö, die Schlange ist wieder weg. Alles klar. Okay. Wow. Hey. Cool. Alles durchgelaufen hier? Äh, werden wir ja gleich sehen. Wir müssten 10 Trillionen Stahl haben. Ähm. Wir haben sehr viel Eisen. Wir haben sehr viel Ziegel. Genau, Eisen. Ja. Wir haben Öl. Wir haben alles. Irgendwie so ein bisschen... Ja, dann lass uns hier direkt mal nachlegen. Okay. Und dann... On the run. Ah, ich sehe einen Vogel. Oh ja, Federn farmen. Oh, das ist hier ganz wichtig. Komm mal her, Föhrchen. Hab dich ja lieb. So. Ja, haut drauf. Oh. Also die gebratenen Fische, die verderben halt einfach nicht. Ja. Hier sind so viele gebratene Fische drin. Im Kühlschrank ist es ja noch krasser. Das ist ja noch krasser.